Wenn man selber drinsitzt, ist man so voller Adrenalin. Glücklicherweise ging alles wirklich reibungslos. Der Exorcist ist das einzige durchsichtige, gläserne Kunststoff, um korrekt zu sein, Fahrzeug auf dieser Wand. Ich war mein Leben lang schon immer motiviert und angetan von individueller Mobilität. Das ist meine Passion, Fahrzeuge zu besitzen oder auch Fahrzeuge zu bauen, die halt anders ausschauen. Das bedeutet für mich, ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu schauen, ein bisschen verrückt zu sein. Triebfeder war ein Jugendtraum, ein Traum, der mich immer wieder verfolgt hat, über den Ärmelkanal mit meinem eigenen Fahrzeug zu fahren. Ich habe an meine Träume geglaubt, ich habe nicht aufgegeben. Und das hat mir auch auf meinem weiteren Lebensweg unheimlich viel mitgegeben. Das Coupa ist heute noch die Ikone von unseren Fahrzeugen. Das zeigt eben auch, dass Mobilität emotional ist. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.